servus und willkommen zu einem neuen video auf dem kanal heute haben wir hier einen teil aus den familie silvester prospekt wahrscheinlich auch eine rückseite wie beim nidl und es gibt was zu verkünden und zwar gibt es einfach black cat bei familie oder wird es geben und das ist schon mal viel besser als komet da kann man sich auf jeden fall schon drauf freuen ich glaube das ist so eine englische feuerwerksfirma ja ist auf jeden fall richtig geil dass es jetzt das da gab früher hatten die auch richtig geile büller dann ist es ein bisschen untergegangen sind sie wieder dabei familie ja da könnt ihr euch auf jeden fall darauf freuen und ja vom 28 12 bis zum 31 12 ist da erhältlich und ja dann warst du schon mit dem kurzen video immer wieder eine kleine info und bis dann und ciao